3,4,3 Du musst noch ein Hemp odpowiedoch kommen 1, 2 2 Ich verass mich, war es mitgezogen Ja? 3 100 Da noch Und Andere sind Der letzte Mal ist irgendwie nicht ganz hoch, aber den kann ich meinen, aber das heißt deswegen noch nicht. 1 2 3 3 4 5 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 6 6 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10 11 11 14 15 15 16 16 17 Sie nicht blocken auf der Dagger, sie blocken auf der Wrist. So wenn es eine Scharpflegung ist, dann kann sie mich hier cutten. So, sie steckt in und legt meine Elbow ab. So hier, sie breit meine Balance. Wir kennen das von der Siegel-Taste. Using die Elbow zu breiten Balance. Und es geht in die Dagger, in die Thrope. So, I can react in this and while around here, step back and go to her face. Her reaction to this is instinctively going down with the hand. And this is what I use. I take control here and go here again. Okay, and she doesn't let this go again. And blocks the blocks with the hand. Winds out and finishes me from behind. Okay. Jump on the moon. And thank you. Also, we must not go outside of the hill.